Ahoi Pyrus und willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 975 und heute gibt es von mir die Funke Blinkerwein Blau, eine sehr sehr schöne Batterie mit verschiedenen farbenen Strobeffekten, sprich ich glaube da war dabei gelb, grün und rot, also so eine gelb, grün, roten Palmen und dazwischen sind blaue Sterne, also ein sehr edler, schöner Effekt, gibt es nicht häufig zu sehen bei Batterien, aber Funke hat es geschafft die Effekte in eine 25 Schuss Batterie mit dem Kaliber 30 mm reinzubringen, Effektdauer soll 31 Sekunden betragen, NEM natürlich Höchstmenge 500 Gramm und das Design gefällt mir sehr sehr gut Pyrus, also wo findet man so ein Design, auf welcher Batterie, das ist soweit ich weiß noch alles handbemalt und das sieht man auch, das ist nicht computeranimiert, sondern alles richtig schön, ordentlich, mit sehr viel Liebe und sehr viel Mühe gemalt, auch das obere Cover gefällt mir sehr gut, da ist irgendwie zu sehen, ich glaube das ist das Weltall, also sehr sehr schön und ich würde sagen, viel Spaß bei der Zündung Pyrus. Funke Blinkerwein Blau Funke Blinkerwein Blau Absolut schöner Effekt